100 Jahre Raum fürs Leben in Bochum. Auch für Kichererbsen. VBW Bauen und Wohnen. Das hier ist kein schlechter Ausblick. Hoch über den Dächern Bochums findet man ihn. Im vierten Stock am Stadionring, wo dieses Zimmer mit Aussicht Teil des neuen Küppersquartiers ist, welches die VBW dort errichtet hat. Wir kommen mit der Kamera genau richtig, denn an diesem Tag wird die ganze Siedlung eingeweiht. Mit Oberbürgermeister und in diesem Fall mit allem Zipp und Zapp. Ein ganz besonderer Moment nach neun Jahren Umbau- und Neubauzeit. Das kann man eigentlich mit Worten nicht mehr ausdrucken, weil das ein Gefühl ist. Und wenn es Ihnen einmal so kalt den Rücken runterläuft, dann wissen Sie, was stolz ist. Und das bin ich heute ganz besonders, weil es einfach schön ist, nicht nur zu sehen, was man hier zusammen erreicht hat, sondern weil es besonders schön ist, dass man sieht, dass die Mieter und die Eigentümer hier gemeinsam mit dem Vermieter und dem Verkäufer auch gemeinsam feiern können. Das ist ein großes Lob. Da strahlen Bauherr und Mieter um die Wette. Was ist hier alles entstanden? Eine neue gute Adresse mit Namen Küppersquartier. Mitten zwischen Stadion, Kirmesplatz und Stadtpark liegt jetzt eine Siedlung mit sehr durchmischter Wohnbebauung. In der Summe gut 200 Wohneinheiten, die entweder renoviert oder neu gebaut wurden. Eine Mischung aus Eigentums- und Mietwohnungen für alle Alters- und Einkommensklassen. Ein neues Vorzeigeviertel für Bochum, was auch ein bisschen was gekostet hat. Wir haben hier insgesamt inklusive, das muss ich noch abrunden, mit den 13 Gewerbeobjekten hier zur Kastrupastraße rund 40 Millionen Euro in diesen rund neun Jahren an diesem Standort investiert. Dafür gab es dann auch besondere Extras. Ein großer Innenhof mit Spielplatz. Speziell überdachte Parkboxen und neue Eingangsbereiche. Extern angebaute Aufzüge und Balkone und ganz viel Grün. Das alles im geografischen Mittelpunkt zwischen Tierpark, Stadtpark und Stadion. Also besser geht's nicht. Der VfL ist da, die Nähe zur Stadt ist da, die Infrastruktur ist da, also alles top. Ein Blick zurück in das Jahr 2013. Da gab es am Stadionring noch die alte Bausubstanz, die gerade abgerissen wurde. Im Jahr 2007 wurde mit dem Projekt Küppersquartier gestartet und hier im Jahr 2013 gab es auch schon fertige Häuser. Rechts in rot und links der Abriss am Stadionring. Kurze Zeit später sieht man dann die Brache, wo in den folgenden Jahren der Neubauteil des Küppersquartiers entstehen sollte. Und es gab eine planerische Vision. So sollte es dort einmal aussehen. Und so sieht es dort jetzt auch aus. Der Hingucker an der äußeren Front. Am Stadionring, Ecke Kastrupper Straße. Da merkt man dann auch, welche städtebauliche Relevanz so ein Quartier besitzt. Das ist auch das Lieblingsthema des Oberbürgermeisters. Das Bauen der Zukunft. Wie soll sich Bochum städtebaulich entwickeln? Bochum will wachsen, Bochum will bauen. Wir möchten den Menschen Wohnraum geben und spannende Arbeitsplätze. Und das heißt eben, man braucht spannenden Wohnraum, wo die Leute gute Lagen mit guten eigenen Wohnsituationen kombinieren können. Dafür ist dieses Quartier ganz wunderbar. Auch solche schicken Wohnungen braucht Bochum, damit die Menschen, die hier arbeiten, auch hier wohnen wollen. So wie im Küppersquartier.